heute ist nikolaus und wir machen natürlich nummer sechs auf das ist wieder ein kleines so und das war drin und zwar ist es ein gutschein für sechs euro und auf der rückseite steht ein entsprechender code den man wahrscheinlich einfach eingeben kann und es ist wie in so einem ja so ein kleiner zettel ja und ein kleiner nikolaus gut finde ich gut kann man stöbern wenn ich gut gemacht mal gucken was an der 24 auch so was gibt wobei die 24 ist ja sehr sehr großes da bin ich mal gespannt ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder